Wenn man die ersten Ultraschallbilder sieht, dann ist ja schon oft klar, was das Baby mal werden soll. Leider hat die liebe Verwandtschaft dann doch mehr Einfluss auf die Gestaltung des Kindes, als einem lieb ist. Mein Opa, der hatte ja schreckliche O-Beine. Und meine Tante, die war echt kurzsichtig. Und dann mein Vater mit seinem frühen Haarausfall. Ja, und wenn man Pech hat, kommt da einiges zusammen. Entschuldigung, ich habe Ihnen das falsche Foto gegeben. Das ist ihr Baby. Naja, so ein Kind kann eben bei der Auswahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein.